Hey Leute, zurück aus der Sommerpause, jawohl, gleich mit der neuen Show, die heißt Witze ohne Grenzen. Wir fangen gleich an mit dem neuesten, den ich mitgebracht habe und zwar geht er so, geht ein Mann zum Arzt und sagt Hallo Herr Doktor, also ich will nicht mehr, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, es mit mir reicht, können Sie mir irgendwie helfen, irgendwie ins Jenseits zu kommen, ist das möglich? Na klar, keine Probleme, bin ich gerne behilflich, wo soll hingehen, bitte? Na in den Himmel, zum lieben Gott natürlich, was denn sonst? Okay, keine Probleme, müssen Sie aber erstmal mit Rauchen aufhören, das geht nicht im Himmel. Wieso das denn, was hat denn das jetzt mit dem Rauchen zu tun, verstehe ich gar nicht. Himmel nix gut für Raucher. Nee, Wolken zu viele schon da, also Himmel geht nicht, aber könnte machen Hölle. Willst du Hölle? Aber das Leben ist doch für mich schon die Hölle auf Erden, mein Gott, was soll das denn jetzt? Dann hast du halt Hölle auf Hölle, statt Hölle auf Erden, das ist doch auch egal. Ja, und was wäre, wenn ich, sagen wir mal, vor oder neben einer Wolke rauchen würde, das müsste doch auch gehen, oder nicht? Nee, nee, keine Chance, mein Lieber, keine Chance. Also, was ist nun, Hölle oder Lähm? Himmel läuft nicht. Also, wenn Rauchen aufhören, kann ich mich ja gleich umbringen. Kannst mich mal, Arschloch, Quacksalber, geh zum Teufel. Haha, was war das wieder lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Oh, all right.